Die neue Panorama-Funktion in Lightroom 6 wirkt ganz einfach. Sie wählen die Bilder aus, dann der neue Panorama-Befehl. Optionen gibt es hier kaum und schon haben Sie die neue Panorama-Montage auf der Festplatte. Wir besprechen Lightrooms neues Panorama-Talent hier sehr ausführlich. Sie sehen, wie Sie den Panorama-Befehl starten, wie man den weißen Rand retuschiert und Druckgröße oder Seitenverhältnis berechnet. Gelegentlich werfen wir dabei auch einen Blick in Photoshop oder Photoshop-Elements. Mein Name ist Heiko Neumeyer. Sie markieren also die Einzelbilder und wählen Foto, Zusammenfügen von Fotos, Panorama. Hier erscheint ja auch der ebenfalls neue HDR-Befehl und Panorama-Wi-HDR-Funktion laufen nach demselben Schema ab. Und Sie sehen hier den neuen Tastaturbefehl für die Panorama-Funktion. STRG-M am Macintosh CMD-M. Sie können im Dialogfeld etwas zoomen und schwenken, aber Sie sehen hier generell nicht die Original-Pixelgröße des Bildes, nur eine verkleinerte Vorschau. Erst an der neuen Ergebnis-Datei erkennen Sie endgültig die Qualität. Rufen Sie den Befehl auch per Rechtsklick auf. Das geht natürlich auch unten im Filmstreifen. Hier habe ich bereits eine Panorama-Serie gestapelt. Unter dieser Miniatur verbergen sich fünf Einzelbilder der Panorama-Serie. Jetzt habe ich den Stapel geöffnet und wieder geschlossen. Und es reicht, wenn Sie einen geschlossenen Stapel auswählen. Dann steht der Panorama-Befehl ebenfalls zur Verfügung. Aus dem Menü heraus oder nach Rechtsklick. Sie können den Befehl sogar auch abspielen, ohne überhaupt das Dialogfeld zu sehen. Sofort blitzschnell mit den letzten Einstellungen. Ich wähle also wieder Bilder aus. Jetzt halte ich die Umschalt-Taste gedrückt und hole mir bei gedrückter Umschalt-Taste den Panorama-Befehl. Sie sehen es an der Status-Anzeige hier oben links. Lightroom zeigt nicht erst ein Dialogfeld, sondern erzeugt sofort die neue DNG-Datei. Und diese Datei entsteht im Hintergrund, ohne das Programm zu blockieren. Sie können schon wieder etwas anderes bearbeiten. Diese Status-Anzeige kann man übrigens in Lightroom 6 erstmals aufklappen. Hier lassen sich alle Vorgänge anhalten und starten. Auch die neue Gesichtserkennung. Fertig. Sie sehen, Lightroom hat die neue Panorama-Datei errechnet, ohne erst ein Dialogfeld zu zeigen. Sie erkennen an diesen Symbolen. Die Einzelbilder der Panorama-Serie wurden bereits in Lightroom korrigiert, zum Beispiel Kontrast und Belichtung. Wenn Sie aber ein HDR oder ein Panorama anlegen, ignoriert Lightroom einige dieser sogenannten Einstellungen. Andere Einstellungen werden dagegen ins Panorama übernommen. Lightroom übernimmt aus den Originalbildern alle Kontrastkorrekturen, die Scharfzeichnung und die Rauschreduzierung. Das Programm ignoriert Korrekturpinsel, Bereichsreparatur und Verlaufsfilter. Diese Änderungen landen also nicht im Panorama-Ergebnis. Sind Objektivprofile vorhanden, also Beschreibungen der typischen Fehler des verwendeten Objektivmodells, dann korrigiert Lightroom das fertige Panorama entsprechend, zum Beispiel Verzerrung und Randabschattung. Hier jedoch erscheint diese Meldung. Bei diesen Bildern findet Lightroom also kein Objektivprofil. Lightroom bietet hier auch drei verschiedene Projektionen. Kugelförmig ist gerade aktiviert. Dann gibt es noch Zylindrisch und Perspektivisch. Lightroom wählt die Projektion auch automatisch aus, hier oben rechts. Für dieses Bild schlägt die Automatik kugelförmige Projektion vor. Testen Sie aber immer unterschiedliche Projektionen, wenn Ihnen das erste Ergebnis nicht gefällt. Diese drei Projektionen gibt es schon lange auch in Photoshop und in Photoshop Elements. Und hier sehen Sie zum Vergleich die Projektionen aus Photoshop. Dort gibt es, wie jetzt auch bei Lightroom, kugelförmig, zylindrisch und perspektivisch. Aber Photoshop und Photoshop Elements bieten noch zwei weitere Projektionen, die Sie bei Lightroom nicht finden, nämlich Collage und Repositionieren. Immerhin bietet Lightroom eine Vorschau direkt im Dialogfeld. Die gibt es bei Photoshop und Photoshop Elements nicht. Noch einmal, dies sind die drei Projektionen, die Lightroom anbietet. Und hier die zwei zusätzlichen Projektionen aus Photoshop und Photoshop Elements. Die Unterschiede in den Projektionen fallen oft deutlicher aus, wenn Sie mehr Einzelbilder montieren. In der Regel erzeugt Lightroom perfekte Panoramen. Konturen und Helligkeiten laufen nahtlos übers ganze Bild. Untersuchen Sie jedoch die Ergebnisdatei und nicht die Vorschau im Dialog. Auf mögliche Probleme, am besten in der Zoomstufe 1 zu 1 bzw. 100%. Sehen wir uns diese Serie genauer an. Diese Touristen spazieren im Überlappungsbereich zweier Einzelbilder. Lightroom montiert das Panorama so, dass die Touristen sichtbar bleiben. Und die Leute kann man jetzt nicht einfach mit einem anderen Einzelbild überdecken. Die Panoramadatei besteht nur noch aus einer einzigen Ebene. Da lässt sich nichts nach oben oder nach unten verlagern. Wechseln wir zu Photoshop und montieren wir das Panorama erneut mit derselben Projektion kugelförmig. Und Photoshop erzeugt? Einen menschenleeren Strand, ohne Fußvolk. Hier in Photoshop besteht das Bild aus maskierten Einzelebenen, wie das Ebenenbedienfeld zeigt. Sie können also immer noch nach den Touristen suchen. Wir entdecken sie im wegmaskierten Bereich der Ebene A3. Die Spaziergänger lassen sich jetzt noch immer ins Gesamtbild holen, zum Beispiel so. Ich wähle sie aus, kopiere die Bildfläche, aktiviere die oberste Ebene, füge die Touristen wieder ein und glätte den Rand. Hier sehen Sie die Strandwanderer deutlicher im Ebenenbedienfeld. Und sie lassen sich auch wieder verstecken. Diese Ebenentechnik aus Photoshop ist immer interessant, wenn sich etwas Markantes im Bild bewegt, zum Beispiel auch Fahrzeuge. Solche Nachbesserungen am Panoramaaufbau erlaubt Lightroom 6 nicht, weil es dort keine Einzelebenen gibt. Zurück zu unserem Panoramaergebnis aus Lightroom. Um den Dateinamen anzuzeigen, drücke ich die Taste J. Und Sie sehen, Lightroom hat hier eine neue DNG-Datei erzeugt, die Sie hier, im Entwickeln-Modul, beliebig weiter bearbeiten, mit Kontrast, Bildausschnitt, Schärfe, Retusche. Diese DNG-Dateien brauchen ordentlich Speicherplatz. Weil Lightroom die Megabyte-Größe nicht anzeigt, wechseln wir kurz zu Bridge. Unser Panoramaergebnis belegt 25 Megabyte Festplatte. Bridge hat übrigens Befehle, die Panorama- und HDR-Serien automatisch in Stapel packen und sogar automatisch verarbeiten. Hier und hier. Solche Befehle gibt es in Lightroom 6 nicht. Aber vielleicht möchten Sie in Lightroom alle DNG-Panorama-Dateien auf einen Blick sehen, um sie eventuell nach dem Experimentieren zu löschen. Dann suchen Sie nach dem Namensteil Pano. Dazu klicken Sie hier oben auf Text mit Dateiname und tippen Pano. Schon sehen Sie nur noch die neu erstellten Dateien. Das funktioniert natürlich am besten, wenn die ursprünglichen Fotos nicht auch Pano heißen. Bei der Panorama-Montage entstehen immer weiße Ränder, wie auch hier zu sehen in der Panorama-Vorschau von Lightroom 6. Diese Ränder können Sie wegschneiden oder retuschieren. Lightroom schneidet die weißen Fransen wahlweise schon jetzt weg. Hier rechts mit der Option Automatisches Freistellen. So verkleinern Sie die Bildfläche und ändern das Seitenverhältnis. Hier ist das Ergebnis mit automatisch entferntem Rand. Aber wie immer, nichts kommt endgültig weg, der ausgefranste Rand bleibt hinter den Kulissen erhalten. Sie sehen es schon hier im Metadaten-Bedienfeld. Lightroom meldet eine Pixelzahl für das Gesamtbild und eine kleinere Pixelzahl für die freigestellte Variante. Um wieder den Rand zu sehen, wechseln Sie ins Entwickeln-Modul, zum Freistellungswerkzeug. Ziehen Sie an den Anfasspunkten oder Sie klicken mit der rechten Maustaste ins Bild und nehmen Freistellen zurücksetzen. So sehen Sie die gesamte Bildfläche. Sie können hier beim Freistellungswerkzeug auch einen schiefen Horizont korrigieren und das seit Lightroom 6 auch automatisch mit der neuen Autoschaltfläche ganz rechts. Diese Funktion gab es vorher schon im Bedienfeld Objektivkorrekturen. Wenn Sie mehr Bildfläche brauchen oder ein ganz bestimmtes Seitenverhältnis, dann retuschieren Sie über die weißen Ränder und erweitern so die nutzbare Fotofläche. Wir wollen hier mit dem Bereichsreparaturwerkzeug die Ecke rechts oben retuschieren. Aber das wird nichts, solange Sie noch die DNG-Datei bearbeiten. Der Bereich ist transparent und nicht zu fassen. Ich lösche die Korrekturpunkte also wieder und exportiere das DNG-Panorama in eine JPEG-Datei im selben Ordner. Um diese JPEG-Datei jetzt auch in Lightroom zu sehen, sind zwei Schritte erforderlich. Sie öffnen die Voreinstellungen und schalten diese Option ein. Und Sie synchronisieren den Ordner neu. Hier ist die JPEG-Variante. Jetzt lässt sich der Rand retuschieren. Zumindest in homogenen Bereichen. Wenn auch, sicher nicht perfekt. Natürlich ist es einfacher, die weißen Ränder in Photoshop oder Photoshop Elements zu retuschieren. Ich zeige unseren Testordner noch einmal in Bridge. Hier ist die neue DNG-Panorama-Datei. Sie landet per Doppelklick im Photoshop RAW-Dialog und auf der Photoshop-Arbeitsfläche. Der transparente Rand ist hier sehr hilfreich. Ich zeige jetzt nur ein eindrucksvolles Retusche-Verfahren, das in Photoshop und in Photoshop Elements 13 funktioniert. Ich wähle den Umriss aus und kehre die Auswahl um, sodass nur mehr der Rand ausgewählt ist. Diese Auswahl erweitere ich leicht. Dann folgt auch schon Fläche füllen mit Inhalts basiert. Bei homogenen Flächen wie diesem Himmel ist das sehr effizient. Ich widerrufe den letzten Befehl noch einmal und stelle ihn wieder her. Wie groß kann ich mein Panorama jetzt drucken und bei welcher DPI-Auflösung? Auch das Seitenverhältnis ist interessant, denn Druckdienste sortieren Panorama-Angebote oft nach Seitenverhältnis, wie etwa dieser Anbieter mit 2 zu 1, 3 zu 1 bis 6 zu 1. Lightroom bietet hier nur begrenzt Informationen. Im Metadaten-Bedienfeld hier rechts sehen Sie die Pixelzahl. Seitenverhältnis, Druckmaße und Auflösung können Sie per Taschenrechner davon ableiten. Sie können beim Freistellungswerkzeug mit den Seitenverhältnissen experimentieren und auch eigene Seitenverhältnisse angeben. Auch das Druckmodul gibt ein paar Aufschlüsse über Auflösung und mögliche Druckmaße. Aber wer die harten Zahlen schnell sehen will, der braucht Photoshop oder genauso gut Photoshop Elements. Ich wechsle mit meinem Panorama also noch einmal zu Photoshop. Alle Auskünfte erhalten Sie hier im Dialog Bildgröße. Schalten Sie zuerst das Neuberechnen ab, das ist wichtig. Welches Seitenverhältnis hat das aktuelle Panorama? Dazu tippen Sie eine 1 in das Feld Höhe. Ah, diese Aufnahme hat derzeit ziemlich genau das Seitenverhältnis 3 zu 1. Ich möchte das Bild 90 cm breit drucken. Welche DPI-Auflösung entsteht dabei? Tippen Sie 90 ins Zentimeterfeld. In dieser Breite können Sie mit 290 dpi drucken, eine gute Reserve. Aber für 150 cm Breite gibt es gerade ein Sonderangebot beim Druckdienst. Ich tippe also 150 ins Feld Breite, aber bei dieser Größe reicht die Pixelzahl nur noch für 174 dpi. Wir wollen aber mindestens 200 dpi Druckauflösung erreichen. Wie groß kann ich bei 200 dpi drucken? Dazu tippen Sie 200 ins Feld Auflösung. Ah, bei 200 dpi ist eine Breite von 130 cm möglich. Der Bildgröße-Dialog sagt also blitzschnell, was in Ihrem Panorama drin steckt, drucktechnisch. Und Sie müssen das hier für den Druckdienst gar nicht ins Bild einspeichern. Wir haben uns hier nur einmal schlau gemacht und klicken auf Abbrechen. Ich hoffe, Ihnen gefällt die neue Panorama-Funktion in Lightroom 6 und dieses Video war interessant für Sie. Ich bleibe Ihr Heiko Neumeier. Ich bleibe Ihr Heiko Neumeier.